hey liebe leute willkommen zurück hier bei hitman wir haben eine runde aus dem fenster geschaut und jetzt geht es munter weiter bis jetzt haben wir ja viele gelegenheiten über gelegenheiten gehabt und wir gucken mal wo wir da einfach weiter nochmal ansetzen weil wir haben echt so viele verschiedene gelegenheiten bis jetzt noch keine mission der kammerjäger eine gelegenheit wenn ich jetzt den hier speichern stehen hier wieder knüppeln hier warten und schon boys habe ich eigentlich kammer das versuchen und zu schlechter Kuh er hat aber zu spät ist da aus der Nussmann Kuh-Radius Na ja. Und Sitzräume. Eine Notiz. Und eine neue Belohnheit. Okay. Also wir sollen jetzt... Morgen ist... Ken morgen. Also das ist schon mal das... Erste Ziel? Äh, dann machen wir das doch mal. Der rennt ja hier unten irgendwo rum. Weil, wie wir gerade gehört haben, äh, die anderen... Die anderen Typen... Also die... Crew von dem anderen Sänger... In die... Boah, das gibt's doch gar nicht. Ähm... Ins Zimmer der anderen eingebrochen ist. Oder da auch drinnen, wie auch immer. Und die verwüstet haben. Und deshalb putzen die da auch alle diese... Diese große Suite, die wir vorhin... Die wir dort gesehen hatten. Wo wir ja... Irgendwann... Und deshalb kann der da nicht rinnen. Verrückt. Wie das so geht. Ähm... Wie würd' man sagen... Das ist Ken... The Brick, Morgan. Läufer und Corporate Fixer. Mr. Morgan, Sir. Wann kann ich meine Suite? Bitte akzeptieren meine... Herzlichen Entschuldigung. Die Queens Suite ist bereit für dich. Seid mich. Well... Das war... Relativ schnell. Sehr gut. Lass den Weg. Okay, also Queens Suite... Wann hier rechts oben. Mr. Mann Servant? Okay... Woops. Ja, genau Diggy. Renn mal eine Runde. Alles. Kannst du dem Typen mit dem Strich... ...gut im Nacken folgen? Ja... Okay, Mann. Ich sehe, dass niemand mit dem... Aber... Wie geht die Kräger? Jo... Oh... 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 Das wäre einfach... Na komm schon... Komm schon... Komm schon... Komm schon... So, Rosman, wie langsam ist der denn? Ist ja gar nicht. Ab in die Suite und... Hier sind wir. Ich glaube, alles ist zu Ihrer Meinung. Hm. Eine definitivere Veränderung. Keinlich die Borge à l'Arab. Lass uns einen näheren Blick. Ah, jetzt sollen wir uns mit dem der Penthouse angucken. Habe ich eigentlich meine Klavise dabei? Natürlich nicht. Gibt es denn noch so viel Todeserfolge gleich? Weil man kann ja gleich irgendwas mitmachen. Der Kopfschuss, bla bla. Ich kenne morgen, nehmen Sie ihn ertränken, okay. Mit einer Kokosnuss, ah, das ist ja witzig. Tuck, tuck. Axt in der Wäschekamera, hallo, Alter. Wie ist er heute los? Oh, das könnte ich dafür mal vielleicht machen. Mal gucken. Jetzt sehen Sie zwar die Leiche und so, aber hey, komm, was soll's. Ich kann gerade nicht speichern, warum auch immer. Wird gespeichert, leu. Gescheid. Ähm. Aber mein Freund, wird's nicht irgendwie mal... Oh, die haben's aber nicht ordentlich sauber gemacht. Ja, wenn du jetzt Staub bist, wissen Sie gar nicht. Ja. Rektifich. Muss, bringen Sie das in Ordnung. Sehr schön. Ist ja anscheinend auch zufrieden mit mir. Tja, wenn's in meinem Auftragsgeleidenschaft nicht mehr läuft, werde ich halt Hotelmitarbeiter. Hm, hm. Alles scheint hier in Ordnung zu sein. Ja, aber doch eher alleine mit so einer großen Suite, aber na ja. Oh, jetzt darf ich hier bisschen auch nochmal putzen. Ach, der rennt doch immer hinterher. Ah, exzellentlich gemacht, 47. Lasst uns Morgan zu Hause machen. kriegt ihn jetzt nicht lautlos da ihr kühlt den anderen auch wirklich weg sollte ich noch besser natürlich den ertränken erfolgt ohne das ohne dass ich gift oder so brauche das hat sich kommen tage kraft kraftorten das ist koffe jahre genutzen sehr geil das ging ja dann jetzt doch irgendwie cooler als ich dachte wenn ich bei herrte war oder auch nicht oder doch oder nicht oder doch hallo nur getrennt läuft ja hier bei mir erweitern herausforderung abgeschlossen der anwalt halten sie meine haare meister prober spülen nicht vergessen oder zeig mal wieder verletzen so jetzt natürlich die andere frage an denen sind wir jetzt reingekommen wie kommen wir jetzt an den so das heißt dann müssen wir das können wir machen dazu müssen wir in dieses suite kommen und dazu brauchen wir wir haben ja ganz am anfang mal lesen dass die alte sonn creme oder so ein kram will oder irgendwie so das haben wir gerade gemacht brauchen wir logischerweise nicht mehr also tonaufnahme ja jetzt mein party da gedacht so muss ich bestimmt irgendwie in den bootstagsgruppen vergiften oder so ein schmarni wir können ja mal gift ja natürlich ein giftbein das darf auch nicht küche also kann wie gestern keller und da war ja vorhin irgendwann haben wir noch mal so ein links schon gesehen küchenhilfe klamotten als küchenhilfe schnell vorbei weiter noch mehr rattengift geile ist es eine kiste und hier läuft die ganze zeit so eine wache zur patrouille Die kommt bestimmt gleich zurück, oder? Könnte klären. Schnell die durch. Leute, wollt auch gar nicht da reden. Zimmer 202 Bewohner. Mr. Reaper, ah, das sind ja wir. Mit Willen völlig ungestört sein. Warum bloß? Sehr nice. Ich will Hilfe. Ah ja, das war doch ein Arschkatz. Sehr schön. Noch mehr Rattengift. Ähm. Jetzt müssen wir nur noch die Küche finden. Vielleicht? Vielleicht nur noch in Anführungszeichen. Anführungszeichen. Ähm. Hier haben wir angefangen. Kann man später duschen, wenn wir die Alarmine getragen. Hier ist alles chillt. Die Küche vielleicht auch. Harte mal, Küche vielleicht im Restaurant. Restaurant ist eine Etage höher. Tammelan. Schraubenzieher. Schraubenzieher. Ja, ich lasse einfach Schraubenzieher als Essen fallen. Da haben sie auch dran verschlucken. So, und die war da drüben. Küchen hierfür. Ja, wir werden einfach mal jetzt stumpf. Küche läuft natürlich immer. Ui, 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 ui. Da, 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 da. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Die Kuchen hat ein spezielles veganes Kuchen gebrochen, um seinen Rockstar-Tastungen zu verabschieden. Und die einzige, die erinnert ist, ist ein Kacetopper mit dem Nummer 27. Ich empfehle, dass du das in Nummer 47 spielst. Ähm... Hier sehe ich jetzt gerade nichts drumherum. Kann er eigentlich nur... Sind die bescheuert? Ja, recht hat er. So... Kann er eigentlich auch nicht so weit weg sein mit dem, oder? Oh, ich werde liegen da. Äh... Der... Der... Jacky... Das war... Ah, meine, also die Drohne ja so instant sofort mit Kündigung bei jedem... Äh... Bei jedem versehen. Aber wir sind halt alle ganz schön busy hier. Ähm... So... rausgehen muss ich ja eigentlich nicht weil wir wollen die torten dekoration ja super schon wo würde man torten die kürzeln suchen eigentlich doch ich doch hier so hat er und ich dachte er kommt jetzt schön dass er mich entdeckt ich will ja nicht die gelegenheit die wollte ich mache torte depo das kann ich spreche es schon bereits was schon oben egal torte depo Oh, jetzt kommen wir hinter den, ist ja geil, hehehe. Ah, los. Ähm, ziehen, 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 ziehen. Verkleiden als Hotel sicher jetzt mal. Hatte ich noch nicht. Ich werde nochmal kurz mal anlegen, zwecks Erfolg. Verkleiden sich als KPA-Bilder. Mal speichern. So habe ich zur Not, mich da auf meiner links zu liegen. Es geht sogar nicht. Vielleicht ist diese Tortending auch schon oben drin. In der... In der Suite. Aber auch Quatsch. Eigentlich, wenn das Ding schon oben wäre. Oh, bei der Quatsch. Wir sind nicht. Hm. Aber wir sind eher auf der falschen Seite. Gerade. Oder? Ja, Queen. Queen ist sehr lautig. Bonjour Chef. Bonjour Chef. Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht wenn die hier oben feiern. Vielleicht auch hier oben irgendwo. Hey, was geht's? Oh, 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 oh. Und... Die Tortendeko. Ähm... Er kann die Torte jetzt auf jeden Fall manipulieren. Und hier einfach mal vergiften. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Aber ich kann mich nicht sehr gut machen. Ich bin ohne sie. Ich kann mich nicht. Was ist ein Dünnungsmügelchen ohne die Nummer? Oh, ja. Ich weiß, dass der Kanzler gewonnen hat diesen Dünn speziell für sein Sohn. Heute ist Jordan Cross's birthday. Ja, wissen wir ja schon. Der Manager Dexy Barrett hat eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Der Kuchen hat ein spezielles veganes Kuchen, um ihn zu spüren. Und das einzige, was er ist, ist ein Kuchenkuchen mit der Nummer 27. Ich empfehle, dass du Dinge über die Nummer 27 spüren. Das könnte der Kuchen sein. Danke. Ähm... Was habe ich da jetzt so für ein... Brechmittel? Ich habe das richtige Gift darin gemacht. So. Alles, was fehlt, ist dieses Scheiß... Dieses Scheiß, die man 20 hält. Das gibt's ja gar nicht. Die chillen hier richtig ab, die Boys, Alter. Ja. Läuft bei euch hier party hart, würde ich sagen. Wüsste ich party hart. All right. Ich geh mal fünf Stars. Hm. Ja, aber kann ja nicht sein, dass ich diese scheiß 27-Jährige rauskomme. Zu hoch. Das ist ja echt überall den ganzen Flügel hier Party-Hart, Alter. Äh, überhaupt keine 27. Kann man hier einfach eine 47 mitmachen? Hm. Wenn ich eine Torten-Deko wäre, wo würde ich mich verstecken? Hm. In der Wäsche Kammer. Oh, die Wünsche, die sind immer gut. Ah, da habe ich einen Schraubenschlüssel. Für irgendeine Mission soll ich einen Schraubenschlüssel holen. Code-Karte, Alter, Junge. Juhu. So, schnell weg. Nice, also Code-Karte unten in der Wäschkammer. Und wenn ich mich jetzt irgendwie irre, was ist das eine? Hab ich die, sägt die hier? Natürlich nicht. Schlüsselkarte für Zimmer? Ne, das ist die für mein Zimmer. Da. Generalschlüsselkarte eine ganze... Ja, sehr schön. Leute. Äh, vielleicht lassen wir das auch mit der, mit der Geburtstagstorte. Und wir begeben uns mal in das Zimmer von der Alten. Weil da kommen wir jetzt rein. Aber, was wir noch genau machen und überhaupt und sowieso bei so viel Gelegenheiten über Gelegenheiten, das sehen wir im nächsten Part. Also, macht's gut. Bis dann. Bis dann. Bis dann.